EcoFlow Reaver Mini im Solar-Test-Panel-Hobby auf dem Balkon, den die Geräte arbeiten, arbeiten und Schlussfolgerungen, wir haben ein mobiles Mini-Handwerksanlage getestet. Was funktionierte und wo wir die Grenzen erreichten. Raphael Zeyer Um dieses Video anzuzeigen, müssen Sie die Solarenergieanlage im Video-Test registrieren. Video, Raphael Zeyer Ausgangsposition Sie können Ideen für Wärmewellen und Energiekrise reflektieren und in Ideen eingehen. Ich war immer eifersüchtig, als die Verwandten und Bekannten über ihre Sonnendächer berichteten. Und vor allem, wie sie Grafiken mit der Bewertung ihrer eigenen Stromproduktion zeigten.